Zahlreiche Katzen im Tierherr Mendelberg suchen ein neues Zuhause. So auch der Kater Tischka. Der Tischka ist ungefähr drei Jahre alt. Er ist zu uns gekommen, weil er in einer Gassinär gehalten worden ist. Und das hat ihm nicht so gefallen, er hat da ziemlich rebelliert. Mittlerweile ist er ein kleines Sorgenkind von uns geworden, weil er einfach sehr temperamentvoll ist und jetzt nicht als Schmusekatz im herkömmlichen Sinn, sondern auch mal mit Krallen und Zähnen gegen gewisse Streicheleiten vorgehen kann. Ja, er ist so sicher ein Netter, aber er sollte auf keinen Fall zu Kindern, nicht zu anderen Katzen und auch nicht zu Hunden. Also am besten einfach als Einzelkatz auf einem Bauernhof oder irgendwo aufs Land, wo er wirklich einen gescheiten Auslauf hat und seine überschüssigen Energien irgendwie loswerden kann. Wenn Sie Tischka bei sich aufnehmen wollen, schauen Sie doch einfach im Tierheim Mendelberg vorbei. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.tierschutzverein-tirol.at oder auf der Facebook-Seite von Tierblicke.